Ein Lagerfeuer mitten am Tisch. Wie kommt das? Das ist eigentlich erwachsen, aus der Liebe zu Asien, gesunde Küche, kurze Garzeiten, Vitamine bleiben erhalten. Wir wollten das Ganze einfach in hochwertige Tische, Outdoor-Küche und so weiter, wo wir bauen, einbauen. Ist das ein Outdoor? Outdoor, Indoor, Zulassungen sind alle da. Insofern hat sich das entwickelt und jetzt integrieren wir das halt in verschiedene Sachen einfach.